Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nr. 8 im Rechtssalat-Adventskalender 2021. Die heutige Definition, die ich dir in Zusammenarbeit mit Staatsexamen Plan B präsentiere, ist Invitatio ad offerendum. Invitatio ad offerendum ist die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Merkt ihr also, i wie Invitatio ad offerendum. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Tschüss, bis morgen.